Du hast ja hinten nur einen Fleck ausgehakt, du hast ja vollen Aussetzer gehabt, ein Kornhoof. Da war ich wahrscheinlich nicht, da war mir das mehr oder weniger, egal. Da hast ja vollen Aussetzer gehabt. Da sind 30 Leute auf dem ganzen Kanzler. Ja, da oben konzentriert. Ja, ja, die hab ich ja auch gesucht, das war der Steg. Da war aber schon... Ja, aber gerade. Ja, ja, aber gerade. Warum habe ich die eigentlich nicht so beigemacht? Tu denn! Tu denn! Tu denn! Tu denn? Wärst du denn? Das ist ein Eier-Rolle. Du bist ein Eier-Rolle. Du bist ein Eier-Rolle. Sie müssen doppelt sichern bei so was, wenn sie sich nicht sicher ist, wie er reagiert. Und das geht noch beim Menschen.